Hallo und willkommen bei Swiss Sim Racing Games. Heute gibt es eine Folge Project Cars mit dem neuen DLC Update vom Mai. Das DLC Update ist bei Steam für 4 Franken erhältlich. In diesem Update steckt die lang erwartete kombinierte Nordschleife, der Pagani Kuaira und der Pagani Sonda Revolution. Hier seht ihr den Pagani Sonda Revolution mit den Infos zum Wagen und hier der Pagani Kuaira BC mit den Wageninfos. Nun fahre ich die kombinierte Nordschleife mit dem Ruf RGT8 GT3 und danach gibt es noch eine kurze Driftfolge mit dem Pagani Kuaira. Viel Spass! Die Battungen sindии BANN Ok pigs augel posts Die Battungen haben wir als Ne�olgebehnuss 5 Fakt im frequencies confirm Etip 3 3 Sk房 3 4 5 4 5 21 22 23 Das war's. 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 Das war's.